Guten Morgen Morgen von mir hier aus Berlin für XTB. Guten Morgen Börse. Wir wollen einen Blick werfen, wo wir aktuell im Markt stehen. Wir haben sehr starke bullische Vorgaben, die haben wir ja zu sehen bekommen. In den letzten Tagen ganz besonders Sektor-Rotation auch potenziell auf die Non-Farm-Payrolls folgend. Tech-Titel nicht mit neun Wochen hoch oder über die, nennen wir die jetzt mal, NFP-Hochs gelaufen, aber der S&P vorgeschlossen bis in Richtung der August-Hochs. Das war allerdings dann etwas, was der Nasdaq schon bereits zuvor getan hatte. Das heißt also, da haben wir so ein Leck, sag ich mal, so eine zeitliche Verzögerung jetzt aktuell. Aber, und das ist das, was wir zu sehen bekommen, das ist eben eine potenzielle Sektor-Rotation, eine Marktbreite, die diese Aufwärtsbewegung trägt. Und da sind also viele Financials gewesen, da waren auch Energy-Titel zum Beispiel, die entsprechend diese Bullishness getriggert haben. Und das ist etwas, was im aktuellen Umfeld, ich möchte fast sagen, gerade recht kommt. Denn wir haben gestern nämlich die größte Firma, ausgehend von der Marktkapitalisierung jedenfalls, nämlich Apple gesehen, mit einer Ankündigung auf der WWDC, der World Wide Developer Conference. Das war der Ort, wo wir beispielsweise die Ankündigung des iPads gesehen haben oder auch des iPhones zum Beispiel. Und auf dieser wurde die Vision Pro angekündigt. Apple infolgedessen auf neue Allzeithochs gebrochen, aber wie so häufig, viele werden aufmerksam auf die Aktie und dann gab es eben ein Fake-Out. Und eine Korrekturbewegung mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 und plus, also zwischenzeitlich waren wir sogar bei 2,8 Billionen US-Dollar. Da haben wir dann eben eine Korrektur gesehen, die auf den Nährstack durchgeschlagen ist, aber der große Auswahlkopf, so möchte ich mal sagen, der ist definitiv ausgeblieben. Und das ist eben durchaus etwas, was aktuell relativ günstig ist, tatsächlich und worauf wir hier in den folgenden Minuten einen Blick werfen wollen. Bevor wir offiziell starten, Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesn-CFD sind gehübte Handelsprodukte, die sind nicht für jeden geeignet. Vollständiger Risikohinweis zu finden auf xdb.com.de. Bitte gerne diesen Risikohinweis sich zu Gemüte führen, eine Demo runterladen, schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit den Produktcharakteristika, die CFD, FX-Produkten, innewohnen, korrespondiert. Und dann eben eventuell früher oder später auch mit einem Live-Konto durchstarten. Wie gesagt, alle Informationen, vollständiger Risikohinweis auf xdb.com.de. Eventuelle Interessenkonflikten, ich bin aktuell nicht positioniert in der Apple. Ich habe noch eine zweite Aktie mitgebracht, da bin ich auch noch nicht positioniert, aber noch nicht eventuell. Auch ein ganz, ganz spannender Titel. Bitte alles, was ich hier präsentiere, als edukativen Content verstehen, nicht als Handlageempfehlung interpretieren oder missverstehen, sondern für sich seine eigene Due Diligence haben, beziehungsweise seine eigenen Risikopräferenzen mit in sein Trading einbauen und dann die Gedanken eventuell in seinem Trading umsetzen, aber sich dessen klar sein, dass die eben entsprechend mit Risiken einhergehen, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. xdb, bester Safety Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, finden Sie hier in der Mitte, wie gesagt, auch auf der Webseite, gerne einmal nachschauen. Ich werde im Folgenden hier mit der xStation5 arbeiten, ausgezeichneter Handelsplattform, gerne auch eine Demo testen und dann in dem Zusammenhang sich auch von dem aktuell wirklich sehr, sehr guten Angebot im Hinblick auf den DAX hier vergegenwärtigen. Sich diesen vergegenwärtigen Zielspread von 0,8 Punkten zwischen 8 bis 22 Uhr, ziemlich einzigartig meines Wissens nach, zwischen 9 bis 17.30 Uhr etc. Open, ja, aber von 8 bis 22 Uhr. Und manche von uns, die handeln eben schon früher bzw. auch noch etwas später, dann vielleicht im Anschluss an die Rückkehr aus dem Büro beispielsweise. Die werfen dann gerne einen Blick auf das Angebot hier von xTB. Wie gesagt, die xStation hatten wir gerade schon erwähnt und dann wollen wir auch gleich einen Blick werfen auf eben diese und den Apple-Chart hier im Daily einmal und den Ausbruch, wie gesagt, hier oben auf neue Allzeithochs, diesen kurzen Spike-Out auf der Oberseite, aber eben diesen nicht erfolgten Follow-Through. Ich möchte fast sagen, vielleicht sogar folgerichtig, wenn man sich vor Augen führt, dass die Aktie seit Jahresbeginn nahezu fast 50% Aufschläge gesehen hat und wir reden hier von Aufschlägen in einer Größenordnung dann von fast 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung, die Apple zugelegt hat, nach der Korrektur über das Jahr 2022, hatte sich relativ stark ja auch hier präsentiert gehabt, schon im August in Schlagdistanz zu den Allzeithochs und dann die Entwicklungen rund um China beispielsweise und auch die Entwicklungen hier im Semiconductor-Bereich beispielsweise haben dann dazu geführt, dass die Aktie eine tiefe Korrektur gegangen ist, aber jetzt eben einen starken Aufwärtstrend auf den Weg gebracht hat. Potenzieller Ausbruchregion, die getriggert wurde, wo Apple für mich interessant gewesen wäre, wäre so die Region um 157 gewesen. Das ist ein Schlüsselbereich. Warum? Wenn man sich das detaillierter anschaut, ausgehend vom Volumen, dann wird man feststellen, dass ein auf den Jahresbeginn geankerter, volumengewichteter Durchschnittspreis, also der vom Markt durchschnittlich bezahlte Preis ungefähr in dieser Region liegt, um 157, 156 US-Dollar ungefähr, das wäre vielleicht auch ein Zielregion für eine Korrekturbewegung, sollte Apple nach diesem jetzt erfolgten Fehlausbruch hier auf neuer Allzeithochs in einen Korrekturmodus gehen. Also wer überlegt, Apple längerfristig ins Portfolio zu nehmen, der wartet auf eine etwas tiefere Korrektur. Chance-Risiko-Verhältnis-Technisch sind das nicht die attraktivsten Niveaus. Wer kurzfristig Apple tradet aktuell, der findet auch einen interessanten Kursbereich. Also wir sehen hier schon entsprechend diese sogenannte Rejection an den Allzeithochs, die gestern stattgefunden hat. Relativ scharfer Abwärtsimpuls. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, sind wir vielleicht von einer größeren Korrektur? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich von größerer Korrektur sprechen würde. Größere Korrektur mit Ausblick auf die kommende Handelswoche, mit Ausblick auf die Inflationszahlen am Dienstag, mit Ausblick auf die FED am Mittwoch, bin ich ein bisschen zurückhaltend, könnte mir einen eher, nennen wir es mal, beriftigeren Handel vorstellen. Mit Apple aktuell allerdings vielleicht als heiße Aktie, potenziell lauwarme Aktie vielleicht, so möchte man es vielleicht bezeichnen, ist eventuell ein Titel, der sollten wir unter die gestrigen Tagestiefs fallen. Ich habe hier Apple einmal jetzt auf der 5-Minuten-Basis. Und die gestrigen Tiefs verlaufen ungefähr im Bereich, Schlüssellevel dürfte 178 heute sein. Sollten wir die 178 anlaufen, unterhalb halten, dann wäre nicht auszuschließen, dass wir in Gefilde bis 175, vielleicht 174 eine Korrektur sehen. Das könnte sich eignen für den ein oder anderen aktiven Daytrader an der Stelle, der Momentum-Plays auf den Weg bringt, der dann unterhalb der 178 einen Momentum-Drive, sagt man, in Richtung eben der 174, 175er Region eventuell spielt. Folgend wie gesagt auf diese News rund um eben dieser Vision Pro an dieser Stelle, diese wie eine Skibrille aussehende, ja, Skibrille aussehende Brille, wo wir eben diese Apps dann beispielsweise virtuell vor unser Auge gespielt sehen und uns so in der realen Welt bewegen. Spielerei, ich weiß nicht so richtig, ob das meins wäre, also dafür bin ich ein bisschen zu manuell angelegt, so möchte ich mal vielleicht an der Stelle sagen. Hat auch einen ordentlichen Preis, Juicy glaube ich 3.500 US-Dollar, die hier diese Brille kostet, aber sie wird eben auch vielleicht im derzeitigen Umfeld hinsichtlich eben der Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz sehr, sehr interessiert angenommen und sorgt eben für dann entsprechend auch eine entsprechende Aufmerksamkeit in der Aktie. Zweite Aktie, die ich jetzt gerne nochmal so hier mit einstrahlen möchte, wo wir vielleicht vor einem Ausbruch aus dieser potenziellen Bullenflagge stehen, ist Shopify. Deswegen interessant, sehr, sehr beaten down über das Jahr 2021, gewesen, beziehungsweise das war 2022 viel mehr, aber mit einer Bodenbildung, sehr, sehr starken Earnings, einer recht starken Guidance, das war Anfang Mai, mit einem sehr, sehr starken Drive und jetzt mit einer Korrekturbewegung. Und das Interessante ist, dass man auch hier mit geankerten, volumengewichteten Durchschnittspreisen arbeiten kann. Ankern wir den auf den Earnings Release, also auf die Veröffentlichung der Earningszahlen, auf diese Kerze und auf die jüngst ausgebildeten Hochs hier, Jahreshochs um 65, dann werden wir feststellen, dass diese zwei volumengewichteten Durchschnittspreise konvergieren gegen 60 Dollar. Gestriger Schlusskurs, knapp unterhalb, 59,81. Lange Rede, kurzer Sinn, sehen wir einen Drive über die 60 und ein Halten, ist das ein durchaus interessantes Signal, was hier in der Shopify generiert wird. Und sollte der übergeordnete Markt ruhig bleiben, könnte relative Stärke hier in die Aktie kommen, die uns in der Shopify oberhalb der 60 Richtung Gefilde 65, vielleicht sogar dann auf neue Jahreshochs katapultiert, und könnte Chancelisikofällen ist technisch für einen Swing Trade super interessant sein. Also, Apple und Shopify, gerne die Charts checken auf der Webseite xtb.com.de, sich eine Demo runterladen und soweit meinerseits. Bis zum nächsten Mal, happy trading, passt auf die Stopps auch, habt euch wohl, bis dann und tschüss.